Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Island. Heute wieder uns ein Special Guest dabei, der Herr Suku. Der Herr Suku, ja. Der Special Guest, der war ja eigentlich geplant von Anfang an dabei zu sein. Arbeitmäßig klappt es halt nicht. Ja, ja, komm. Er hat am Arbeiten jeden Tag. Ach, ein schwer beschäftigter Mann. Ja, die Pfannflaschen sammeln, das kannst du auch verschieben. So, Freunde. Was haben wir denn heute in Angriff? Freunde des Mondes? Ja. Ähm. Eine Stimme aus dem Himmel. Ja, da passt das auch mit dem Mond, ne? Ja, machen wir das, ne? Dann. Auf in die Schlacht. Auf geht's. Du musst die Tür schon aufmachen. Ja, bin ja grad drüber. So gut. So gut. Ich sind jetzt gerade auf Minecraft gekommen und daher ist die Steuerung jetzt gerade wieder etwas ungewohnt. Wolltest du jetzt die Tür wegschlagen, oder, mit deiner Spitze? Äh. Wir ruhen jetzt gerade etwas mehr. Mit der Diamantspitze, bitte schön. Ja. Ich habe auch schon eine. Ausgerüstet. Und Diamantschwert? Ich habe ja einen Metall Baseballschläger, aber da wird nicht ganz zu hinhauen, ne? Wie die Spitzhacke. Metall. Ja, Metall oder was. Bist du für ein Minecraft-Nub? Mit ne Kraft. Ähm. Solb, geh mal vor, ja. 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 Ja, guck, ja. Zack. Das sind wie die Zombies bei Minecraft. Ne, habt ihr ja bei Minecraft nicht die, die kleinen Zombies, die so explodieren? Das sind Creeper. Ach, Creeper. So klein sind die gar nicht. Ich habe mir jetzt noch Lidybooks entdeckt. Ihr wollt doch eigentlich, alter, ihr wollt doch eigentlich scheue, ähm, Pferde suchen gehen, habt ihr das, habt ihr was gefunden? Die Schöpfel, ja. Ja, genau. Oder einfach. Ähm, ich habe gerade entdeckt, ich konnte gerade auf den Kopf wieder treten. Ey, das hast du doch geskilled das letzte Mal. Ach so. Ich, ich kann aber. Ich auch. Mhhh, lecker. Oh, don't touch, alter. Jetzt weiß ich, warum ich so oft alter sah, durch ein Bordeaux. Alter. Alter, ist lerbe so. Alter, alter, alter. Alter, alter. Alter. Ich habe mich nämlich gestern noch drüber aufgeregt, dass ich so oft alter. Ja. Weil du alt bist. Na, so alt sind wir ja noch nicht. Na, man schiebt halt immer sämtliche Schuld auf die Alten, das halt. Alter. 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 Du weißt schon, dass deine Mama dich abonniert hat. Und du willst jetzt auch nur deinen eigenen Abonnenten verlieren oder was. Ey, die gibt mir da extra Daumen, ey. Ja. Ja, ist klar. Ah, herrlich. Oh, die Katze auf dem Dach. Na, dann hol ich mal die kleine Mieze runter. Hast du grad hochgeguckt, Soko? Ja. Ja. Er spielt nicht, wo das Spiel erlebt ist. Ja, natürlich. Soko kann sich gut in Spielerei versetzen. Hab ich heute gemerkt. Ja, ja, hat man heute gesehen. Ja. Und gehört. Und findst du ne Mieze Katze? Ja, aber auf dem Ziegelsteine. Westpastor Soko, seit wann hast du das Spiel? Seit gestern noch? Ja. Outlast. Outlast, meinst du? Outlast, mein ich gar nicht. Und, wie war's? Hast du ihn gespielt? Der Hammer! Übelst geil, oder? Weißt du das schon als Waddel? Ja, der Soko hat sogar einmal geschrien, war's nicht geschrien. Also, in männlicher Schrei war das. Und ich hab gelacht. Ich fand's lustig. Hättest du ihn gespielt, hättest du genau so rumgespielt? Ach, erzähl doch, nee. Vielleicht wenn ich alleine gewesen wär. Ja. Aber ich... Weißt du... So wie PewDiePie, oder was? Hast du also rumgeschrien mit der? Fast. Hat er. Ja, fast. Die ganze Wöhnung zusammen schreien, ey. Ja, aber der... Der Solk wollte ja die Brille holen für mich, dass ich noch mehr abgehe. Oculus Rift. Die Oculus, genau. Ach, ok. Ach so, ja. Ja, ok. Jo, geh rüber. Ich mach das. Das heißt, ich bin tot. Ich weiß nicht, aber es hat nicht zu viel abgezogen. Oh. Naja. Hast du jetzt schön gefehlt. Gefehlt? Hab ich dich gefehlt? Gefehlt hast du auch zu dem? Gefehlt? Okay. Ich fehl dir wohl. So gut, mein kleiner Bär. Alter, ich bin das gar nicht mehr gewohlen. Ich verdrück mich ja vor allem die ganze Zeit. Wenn ich dich mal drauf treten... Oh, Fackeln. Meine. Fackeln. Ey, wer hat hier vergenommen? Das waren meine Fackeln. Die hab ich aufgesammelt. Fackeln, die sind schweineteuer. Du bezahlst da um die 2.000 glaube ich. Ich weiß nicht, da habt ihr Pech gehabt. Ich bin nur fair. Bordel... Bordel, wie sieht's denn aus? Das ist ein paar Diamanten mit. Diamanten mit? Ja. Willst du den Special Bauplan machen oder was? Ja. Na, ich hab bloß die 1 oder 2. Ich würd's gern mal zeigen für die 2, 3 Personen, die es noch nicht gesehen haben. Na, wie viel weißt denn du jetzt? Keine Ahnung. Wahrscheinlich gar keine. Du brauchst, glaub ich, 5 Stück. Und das haben wir ja nicht. Also gar keine sind keine 5 Stück, oder? Nein, du musst ja welche haben, weil wir wohnen ja oft... Ja, ich hab einen. Am Strand waren, gab's ja für jeden 2, glaub ich. Ich hab einen. Was? Ja. Das bist du ja schon wieder neben mir. Ich hab deinen kleinen süßen Knackarsch gesehen und hab gedacht, da musst du mal hingehen. Ist klar. Ach, sind hier? So gut, ein Revolver. Hier ist ein Ausweis. Wo? Ach hier? Hier. Ausweis. Nummer 41. Ah, komm mal, da racht, hä? Da raucht. Ich hab mal einen geklatscht. Egelhaftos. Schmocko. 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 Die haben ja auch einen Dschungel wie in Minecraft. Einen Dschungel, ja. Einen Dschungel. Aber der ist halt nicht ganz so pixelig wie in Minecraft. Denkst du? Nö. Wir haben jetzt einen Schilder mit. Okay, der ist pixelreicher, das stimmt. Aber das ist alles ein bisschen auflösungstechnisch gesehen ein bisschen besser. Nein. Hey, zeigst du euch noch einen Weg an, wo wir ihn wissen? Nein. Also haben wir die fertig? Wir haben doch gar nichts bekommen. Gar nichts. Wahrscheinlich wieder ein extremen Sprachfehler. Ja. Bei mir zeigt sie auf Quests überhaupt nichts mehr an. Nee, bei mir auch. Fertig, 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 fertig. Nee, nee. Scrollen. Ja, das war ein Fehler. Ja, stimmt. Jetzt musst du hochgehen einfach. Ja. Ähm, was brauchen wir? Okay, das war's schon. Wir sind ja extrem gut, äh, heute. Jetzt kommt die Katze. Die Katze auf dem Dach. Nee, ich würde sagen, mit den Lautsprechern haben wir ja noch, ja. Achso. Drei. Achso. Drei. 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 Na, drei Lautsprechern haben wir noch. Na, dann machen wir die. Ja, ich hätte aber lieber die Katze gerettet. Ich bin so tierfreundlich. Das ist viel zu euch. Und dann wunderst du dich, dass meine Katze dich immer angreift. Ja, ja. Mein kleines Katze. Warte, was hättest du du von Katzen? Kannst du die Kiste hier aufmachen? Wenn du sie haben müsst, nicht. Ähm, Katzen schmecken wie Hühnchen. Große Schnauze. Und Hühnchen schmecken gut. Eieieiei. Hier ist wieder so ein Digger. Hm, du machst es schön. Ah, gut, gut, gut. Sag, helf mir mal hier. Ich hab grad selber zu tun. Ich hab dich. Da kann ich schon nichts dafür. Wenn du hier abloobst. Ich musste jetzt den Boxsack hier alleine zusammenschlagen. Nicht so richtig. Oh, ich muss gleich niesen. Hat man was gehört? Ja. Dann bin ich nur extra weit weggegangen. Klang echt schleimig, Alter. Nein. Ich hab meine Katze voll genossen. Voll genossen. Genießt. Ja, ja, aus Nussen. Das ist meine Katze. Genau. Warten. Ich muss eigentlich gar nichts sagen. Ach so. Ich geb hier Kohle aus für Reparieren und Upgrades und hab dann wieder nichts, um mir irgendwas zu kaufen oder zu bauen, ey. Also ich hab grad meine Nummer 35.000. Haha. Ich bin bei, Moment. Ich bin bei, Moment. Ich bin bei, Moment. Du musst ins Inventar gehen. und dann gehst du ganz rechts auf spieler ne quatsch auf und wo stehen 30 stangen sind ja nee und dann guckst du oben bei cash einfach willst du mal wissen wie viel geld ich habe ich gar nicht wissen er wird gerade mal 100 haben oder sowas nicht mal ich hab 87 du hast nicht nur 87 mehr habe ich nicht du arme sache aller wirfst du mal nie deine scheiße nach mir ach schön wie es weggefallen hingefallen ist ja ich möchte gerade auftreten mann seife eingesammelt da kannst du dich mal waschen war ich bin gamer ich weiß mich nicht ich möchte doch dazugehören zu euch sagt gab es eine euch jetzt gerade und auf kopf umfasst er muss so ein galt stammt hinkriegen die letzte mal wurde sehen einen abgeworfen heißt und dann hat es so eine rolle gemacht oder irgendwie warte ich nimmst du laut wir sind schon wieder vorbeigelaufen warte ich war kaputt los 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 auf mann hier hat ne schöne jacke an ich würd gern ne jacke ausziehen und mitnehmen nehm uns das einfach mal hier nehm äh dieser flasche noch da ist bitte noch die zeigt uns den weg die wisse immer hochwerfen die fliegt immer dorthin wo wir lang müssen und guck nur bis jetzt hier lang m m m m m m m Was soll ich nehmen? Du bist bestimmt voll. Oder dumm. Das hab ich jetzt nicht gesagt. Ich aber. Ach so gut. Ach so ist er sowieso schlechter. Es ist immer schwierig euch so zu nehmen, weil ja normalerweise ja nur Werner und Karl-Heinz heißt. Was sie wenigstens wissen. Ey ja, hast du gesehen? Wie ich sie umgekehrt hab. Weitere nicht. Das sieht man mal wieder. Ich bin früher. Was nicht gelogen ist. Ach du glaubst sogar der Soko mit. Wir sind ins Kegeln gegangen. Hey Soko, warst du näher mit dabei? Boah, du bist ein Tier. Dann hab ich mich für einen richtigen Sport entschieden. Fußball. Also du kannst dich, du kannst also mit Bällen umgehen. Ja, freilich. Ja, dann freilich Mensch. Ja, warum? Weil wir falsch können. Kann doch hier lang gehen und dann links. Die Flagge ist doch hier vorne. Versuch ja kurz, ja. Da da dum 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 dum. Hey, ich sehe hier überall Totenköpfe auf die Linie. Alle wohnen und sind schon tot. Ja, vielleicht auf dem Dach. Über uns, guck mal. Über uns, guck mal. Suku, hast du den Portischen RC, dass du bei der Games kommen musst? Ja, letztes Mal schon. Ja klar, da hatte doch gesagt, dass LeFloid singt. Ach ja, ach ja. Wie hieß die da? MacFitty. Genau. Wie hieß die? Den hab ich gemeint. Wen hast du gemeint? MacFitty. Oder MCFitty, keine Ahnung. Sagt mir nix. Oh oh. Sagt er nix? Naja, das ist jetzt wieder jemand, der... Sagt er raus zu gehen. Hier kommt er WhatsApp. Achtung, Serge. Da kommst du erher. Drauf schießen. Sehr schön. War noch etwas nah dran. Aaaah, RoboDance.